Glückwunsch meine Lieben, heute gibt es mein Once Upon a Time für den März und ich ziehe mit euch gemeinsam wieder ein Buch, das ich dann hoffentlich im März schaffe zu lesen. Denn der Februar ist fast vorbei und es wird wieder Zeit für ein neues Buch. So, es ist geworden von Shakespeare ein Sommernachtstraum. Ich hol's euch. Dieses kleine Reklamheft ist das und zwar William Shakespeare ein Sommernachtstraum. Ich bin sehr gespannt. Ich verbinde mit diesem Buch ganz viele tolle Erinnerungen, denn der Sommernachtstraum wurde an meiner Schule schon vor gefühlten Uhrzeiten, also circa 15 Jahren, aufgeführt. Natürlich weiß ich ja nicht mehr so viel von dem Stück, aber ich weiß noch ziemlich viel von letztem Sommer. Denn im letzten Sommer war ich mit meiner Mama auf einer fränkischen Interpretation, sag ich mal, oder Bühnendarstellung dieses Stücks. Und es war herrlich gemacht. Und ich bin froh, nochmal in die Erinnerungen einzutauchen, das Ganze nochmal zu lesen, in diesem knapp 100 Seiten Reklamheftchen. Und ja, hinten steht drauf, ich hatte einen Traum. Es geht über Menschenwitz, zu sagen, was es für ein Traum war. Der Mensch ist nur ein Esel, wenn er sich einfallen lässt, diesen Traum auszulegen. Mir war, als wäre ich kein Menschenkind, kann sagen, was mir war, als wäre ich und mir war, als hätte ich. Aber der Mensch ist nur ein lumpiger Hanswurst, wenn er sich unterfängt, zu sagen, was mir war. Ja, was mir war. Ja. Wie gesagt, ich freue mich sehr drauf. Shakespeare mag ich prinzipiell sehr gerne. Ich lese aber recht wenig von ihm. Und deswegen darf dieses Büchlein nun mal drankommen. Ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr im März so lesen möchtet. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!